Thomas Kretschmann ist ein deutscher Schauspieler und früherer Schwimmer. Leben Thomas Kretschmann wurde als Sohn einer Lehrerin geboren, die ihn allein großzog. In seiner Jugend war er ein talentierter Schwimmer. Als Sechsjähriger begann er mit dem Schwimmen im Dessauer Stadtbad und kam im Alter von zehn Jahren in ein Sportinternat nach Halle. Ein Jahr später schwamm er DDR-Altersklassenrekord über 1500 Meter Freistil, gehörte ab diesem Zeitpunkt dem Olympiakader der DDR an und gewann mehrere Meistertitel. Im Alter von 17 Jahren hörte er mit dem Leistungssport auf und beendete später seine Schullaufbahn mit dem Abitur. Er lernte den Schauspieler Dirk Nawrocki und dessen Lebensgefährten, den Bühnenbildner und Maler Heiko Zolchow kennen, die ihn dazu inspirierten, sich an der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch Berlin zu bewerben. Trotz erfolgreicher Aufnahmeprüfung trat er seinen Studienplatz jedoch nie an, da er beschloss, nach Westdeutschland zu fliehen. Im September 1983 floh er über Ungarn, Jugoslawien und Österreich in die Bundesrepublik Deutschland. Ende der 1980er Jahre absolvierte er eine Schauspielausbildung an der Schauspielschule, Der Kreis, in Berlin. Anschließend spielte er eine Rolle in Macbeth unter der Regie von Katharina Thalbach. Sein Filmdebüt hatte er 1989 im Film Der Mitwisser. 1991 wurde er für diesen Film beim Filmfestival Max Oppes-Preis als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. 1993 spielte er dann in seinem ersten deutschen Kinofilm. Josef Vilsmeier besetzte ihn für eine Hauptrolle in seinem Kriegsdrama Stalingrad. Im Kino ist Kretschmann in Nebenrollen in großen Hollywood-Produktionen zu sehen. 2002 unter anderem in Blade 2 mit Wesley Snipes und dem Oscar-prämierten Film Der Pianist von Roman Polanski, in dem er den deutschen Offizier Wilm Hosenfeld verkörpert. Im Jahr 2004 war er unter anderem in Resident Evil, Apocalypse und vor allem in Oliver Hirschspiegels Der Untergang zu sehen. 2005 bekam Kretschmann eine Nebenrolle in der Neuverfilmung King Kong von Peter Jackson. Hier traf er wieder auf seinen Schauspielkollegen Adrian Brody aus Der Pianist. Im Fernsehfilm Fürchtet euch nicht. Das Leben Papst Johannes Pauls II. verkörperte Kretschmann Johannes Paul II. Im Jahr 2003 spielte er eine Nebenrolle in zwei Folgen der zweiten Staffel der Fernsehserie 24. Am 9. März 2006 hätte der Horrorfilm Rotenburg in den Kinos anlaufen sollen, in dem Kretschmann den Kannibalen Oliver Hartwin spielt. Diese Figur ist frei an die Gestalt des als Kannibale von Rotenburg bekannt gewordenen Armin Maives angelehnt. Maives sah durch den Film seine Persönlichkeitsrechte verletzt und beantragte am Oberlandesgericht Frankfurt am Main eine einstweilige Verfügung gegen die Aufführung des Films. Diese wurde am 3. März 2006 erlassen und am 17. Juni 2008 bestätigt. Der Bundesgerichtshof hob jedoch diese Entscheidung mit seinem Beschluss vom 26. Mai 2009 auf. 2007 bereitete sich Kretschmann für die Rolle des Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg vor, die er in der deutsch-US-amerikanischen Filmproduktion Operation Walküre, das Stauffenberg-Attentat spielen sollte. Kurz vor Vertragsunterzeichnung für das Drama, das sich des 1944 gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler annimmt, wurde die Hauptrolle mit dem US-Amerikaner Tom Cruise besetzt. Kretschmann übernahm daraufhin den Part des Majors Otto Ernst Rehmer. Ebenfalls 2007 war Kretschmann in einer Nebenrolle im Actionfilm Next von Lee Tamahori zu sehen. 2008 spielte er in der ProSieben-Neuverfilmung von der Seewolf die Titelrolle des Wolf Larsen. Im gleichen Jahr trat er neben Angelina Jolie, Morgan Freeman und James McAvoy im Actionfilm Wanted auf. Er stand im Jahr 2010 im Dschungel von Malaysia für die Verfilmung des Bestsellers Dschungelkind von Sabine Kügler vor der Kamera, die 2011 in die Kinos kam. Bis April 2011 war Kretschmann Teil der Walkwith Giants-Kampagne von Johnny Walker und erzählte dort über seinen menschlichen Werdegang. Am 2. und 3. November 2011 war Thomas Kretschmann im ARD-Zweiteiler Laconia als Admiral Karl Dönitz an der Seite von Franka Potente zu sehen. Die beiden standen bereits in dem Spielfilm Eichmann gemeinsam vor der Kamera. 2012 verkörperte er Dracula in Dario Argentos Dracula 3D. Für die von NBC und BBC koproduzierte Horrorserie Dracula hatte er 2013 bis 2014 die Rolle des Abraham Van Helsing inne, während Jonathan Reismayers als Graf Dracula und Oliver Jackson-Kohen als Jonathan Harker zu sehen waren. 2014 spielte er Horst Dussler im Film United Passions. Im selben Jahr war er am Schluss des Films The Return of the First Avenger als Baron Wolfgang von Strucker zu sehen. In derselben Rolle trat er auch ein Jahr später zu Beginn des Folgefilms Avengers – Age of Ultron auf. Thomas Kretschmann gehörte 2003 zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie. Privates Kretschmann war zwölf Jahre lang mit Lena Rooklin liiert und hat mit ihr drei Kinder. Ende März 2009 gaben beide die Trennung bekannt. Danach war Kretschmann von März 2009 bis Juni 2010 mit dem deutschianischen Fotomodell Charmin Schariver liiert. Auszeichnungen 1993 Max Oppes Preis für der Mitwisser 2006 Best Actor – Sitges Festival International de Cinema Fantastique de Catalonia 2007 Best Actor – Buchhirn International Fantastique Film Festival 2010 Nominiert für den Deutschen Fernsehpreis als bester Hauptdarsteller in Die Grenze und Romy